Ja, die bayerische, bayerische Volkan, voll Gemütlichkeit und Schwung. Ja, die bayerische, bayerische Volkan, die bayerische Volkan ist. Wir sind immer noch in München, und der Munsch hat den Aufruf des Stadion nicht immer anrufen, deshalb haben wir das Stadion gefunden. Wir sollten ihn mal anrufen, wenn man schon in München ist. Darum kannst du mal wählen. Er hat die Nummer im Internet durchgegeben. Mal schauen, was er um diese Zeit gesagt hat. Hallo? Hallo? Ja, Grüezi. Ich habe Ihre Nummer gehört, im Internet, auf der Homepage. Kann man ihn anrufen? Ja, für was? 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 Ich möchte Sie fragen, warum Sie auf dieser Homepage sind. Ich möchte Sie fragen, warum Sie auf dieser Homepage sind. Ich möchte sie hier oben. Wie? Ich möchte sie nicht anrufen. Warum darf man nicht anrufen? Ja, da ist ein Kollege etwas angegangen. Sie muss jetzt arbeiten gehen. Was müssen Sie? Arbeiten? Ja, ja, arbeiten. Ja, gut, Adi. Warum Adi? Ich möchte arbeiten. Ah, arbeiten? Ja. Was denn? Ich muss gehen. Ade. Ja, Ade. Ja, tschüss. Hallo? Es war nichts mit ihm. Wir müssen dann noch ein bisschen leidiger sein, glaube ich. Ja, das geht mir nicht. Wir haben einenfortschlag vor 지역. Welche